Nein, okay, tschüss, mal paar Steine snacken, nein, das gibt's nicht, ey, warum, warum? Jo Leute, was geht ab, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft to watch, wieder auf dem DustMC-Server, und, ja, ich hab ne Skin, so, Crow, eh, ah, gib mir ein, okay, eine Runde tanzen, brrrrm. Okay, so, direkt, so, erst mal schicken. So, schön Rüstung holen, so, ich bräuchte Gold, mein Freund, mein Freund, ich bräuchte Gold, ey, so, ich will mir so Spitzhacke holen, ey, ich mach jetzt einfach so ein richtig billiges, billiges, billig, billig, billiges Spawn-Ding, ein Protection hier, Protection, ein bisschen Protection, ey, hast du ein Gold, lass mir mal antworten, mal gucken, ob dieses Maschel funktioniert, oh man, da muss ich halt warten, ich brauch' ne Hacke, ich brauch' ne Hacke, na okay, was auch immer in diese Lampen bringen, oh, ich hab' schon wieder beinahe runter gefallen. Jawoll, mein Freund, hä, 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 was schon, hä, was schon, hä. So. Party. Ich will abgehen. Ich will Party, 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 bis die Leute durchdrehen. Party. Nein. Boah, Mann, ey. Komm schon. Leck. Immer wenn es leckt, glaube ich, fängt ein neuer Part an. Man muss sich nur geschickt anstellen. Diesmal schaffe ich das, Mann. Ich schaff das, Alter. Ich schaff das. Los. Leck. Leck. Jawohl, Leck. Jawohl. Ich hab scheiße auf die Seite. Also, Spitzhacker, Alter. So. Jetzt gibt's auf die Fresse, meine Freunde. Ist das ein Gegner? Nein. Okay. Tschüss. Mal ein paar Steine snacken. Nein, das gibt's nicht. Ey. Warum? 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 Boah. Warum? Egal. Jetzt holen wir uns einfach ein besseres Schwert. Oh, oder drei. Und machen diesen verkackten Block einfach kaputt. Ich renne jetzt wirklich einfach nur durch und mach den Block kaputt. Komm, bau schneller. Bau schneller. Bau, bau, bau schneller. Komm. Kommt her, Leute. Kommt doch, kommt doch her. Nein, das gibt's nicht. Es gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ey, ich raste grad grad übertrieben aus, ne? Wenn ihr mich sehen könnt. Ich hab heute leider keine Facecam, aber wenn ihr mich sehen könntet, ne? Alter. Was für Fickers. Leck schon wieder. Ja. 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 Was macht der denn da? Wir müssen die mal irgendwie pushen, Mann. Das gibt's doch nicht. Schießt die mal da oben. So, komm, komm, komm. Scheiße, Mann. Wenn ich doch nur wüsste, wo dieser verkackte Block ist. Ja. 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 Ich bringe jetzt einfach. Mann. Mann. Von oben. Darauf. Nix, 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 nix. Ja, mehr Toronto. Alte, wer hat den Block kaputt gemacht? Egal. Ja. Ja, Leute. Das war's. Meine kleine Runde. Ahm. Am Freitagabend, 22 Uhr. Man walked manches Hochlader. Ich versuche es heute noch direkt hochzuladen und dann verabschiede ich mich. Und ich würde sagen, haute rein, Leute. Ciao.